Musik Der Heli kann nicht landen, solange es da tief ist, ihr müsst es irgendwie abschalten Das ist ja ne coole Waffe Er hat ja null Recall Anwalt Ich hab da mal den Granatwörfer ausgerüstet, ne? Ach ne, ist ne Scheiss Großstimmte Jetzt, Granatwörfer Er schießt auch nicht gerade auf mich, wenns geht Geht Gääh Ja genau Bist du überhaupt nicht beschlossen? Nee, echt, jetzt sind auf dem Schiff noch mehr, ich hätte das nicht gedacht. Die schießt voraus! Ist das eine Schrotflinte-Sniper, oder? Weil die haut irgendwie mehrere Kugeln raus. Keine Ordnung. Und killen tut's auch nicht. Das ist eine Schrotflinte-Sniper. Das ist eine Schrotflinte-Sniper. Das ist eine Schrotflinte-Sniper. Hey, was sollen wir denn machen? Wir sind erst mal mit den Leuten ausschießen und dann will das Schiff gehen? Weißt du, wir sollen irgendwas mit diesem Kasten hier machen? C4 anbringen Ja, nochmal C4 ist angebracht Ah, ich weiß es Hinterdude Hä? Ah, guck mal, die kriegen eine kleine Packung C4 geliefert Sollte gleich hoch gehen Ja Auf das Wasser könnt ihr verzichten, ne? Nicht so schnell, der Pilot sagt, es gibt noch ein aktives Flugabwehrsystem Sagt ihr auch vor? Nein, findet es und schaltet es aus, am Ende der Promenade werdet ihr abgeholt Es hört nie auf, oder? Das packen wir Ja, ich habe nicht mehr zu stmpfen, was wir machen sollen Ich habe gerade bei mir mal wieder so richtig schön geleckt Weißt du, er sollst du nicht sterben Nicht? Ne Ui Ui Ich habe heute noch so die Nachzyklo zu töten, aber ich bin unterwegs Die setzen hier echt auf Drehtüren, du Ja, ne? Das ist Hongkong So, von Schiebeton und so haben wir ja nicht gehört Ich habe noch 13, verdammter Schuss Ich habe noch 13, verdammter Schuss Lass mich dir hochhelfen Ach, schon wurde es auf mich? Ach, schon wieder neben 3 Guck mal, vorhin habe ich doch die Hä, wieso kann man nicht einfach die Türen, die da eintreten Leute, du bist von der inneren Seite schon wo eintreten kannst Oh, klatsch! Hoho, ist kalt Tja, wer kann, wer kann. Wow. Ach du, mir ist bei Fuß eingeschlafen. Das ist so ein Assi-Gefühl. Hm, Toto-Later. Das ist richtig langweilig, kann das sein. Was? Wir laufen, ballern, 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 dann kratzen, dann laufen. Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und lang in die Länge ziehen. Ja, das ist aber Omg of 2, da hast du Tavo Ocean zu. Ja, aber das zieht sich gerade echt brutal in die Länge, in die Mission. Finde ich. Wie so ein altes Steak. Wie so ein B-Mont-Steak. Meine Sticks sind nie zäh. Oh, ich habe keinen. Nein! Oh, wieso, guck mal, ich hänge hier vorne rum und du verreckst. Was macht ihr denn da? Mary sagt ihr, wir haben es und warten, bis wir das Scheiße-System ausgeschaltet haben. Ach, da sind wir uns stoppen. Ja. So. Hey, konntest du jetzt gar nichts machen? Hä? Konntest du jetzt gar nichts machen? Ich habe doch gedrückt. Nee, nee, du, das hat keinen Sinn, du. Wir verkacken ja nur. Ich bring dich da hoch. Ich bring dich da hoch. Ich bring dich da hoch. Das ist wieder so, so klassisch regeln. So klassisch mit Hedger, kannst du das gerne machen. Das bewegt sich der eine. Hör auf zu bewegen, Alter. So klassisch mit Hedger, kannst du das gerne machen. Na, ich denk mal, dass wir jetzt kurz vorm Ende sind hier, weil... So viel Action wie ist. Ja... Es kotzt an. Ja, ich kann es ohne Erinnerung, ich hab propia Flex mal76 glaube ausgerüstet. Er läuft damit Pass auf! Was war's denn? Der Raketenwerfer Was war der Raketenwerfer? Da passen die auf den Großen da aus Der Raketenwerfer der gerade auf mich geschossen hat? Kenn ich nicht Naja, aber ich denke mal Das wird jetzt eine relativ einfache Passage sein Auch wenn hier zu viel Action ist Alles klar Oh fuck Kannst du das Geschütz machen? Ja, ja, da oben ist Action Oh Können du da mal hoch Oh fuck Ich denke mal jetzt in so'n Boss geht Müsst'n Müsst'n Genau Keine Ahnung Hier irgendwo war hier Ja Und nun? Und zwar Und zwar abgeholt Und da wärmer abgeholt Klubisch Ja, fliegt halt noch mehr Kreise, Junge Lass mich verarschen Alter Ist ja geistig behinder Ah Wir haben hier noch Gegners Wir haben hier noch Gegners Oh fuck Hm? Hui Genau, das ist doch schon mal gerade so Krass Und zwar Não Es tut mir 即st Unsinn Wart Wart Ich bin Wart mal D Man Wart 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 ich schätze das war's dann ich dachte immer wir treten mit einem riesen knall ab und nicht in einem scheiß ratten ist am fluss schätze wir hatten glück dass wir so weit geschafft haben zählen ich will ihn kalt machen ich brauche nur einen gut platzierten schuss was dann los Vielen Dank.